Und damit begrüße ich euch ganz herzlich in einer neuen Aufnahme. Life is Strange. Und unser Ziel war es ja nun, in Nathans Zimmer hineinzukommen und ich habe die Fotos alle schon so versaut. Und dort nach Dingen zu suchen, aber wir werden uns natürlich erstmal ein wenig umgucken und mal schauen, mit wem wir vielleicht noch reden können, was wir vielleicht noch machen können. Oh, Justin. Können wir ihn? Vielleicht kann ich dein Skateboard kaputt machen? Okay. Irgendwo saß doch, genau da saß er. Zu dem wollte ich, zu olle Daniel. Rachel the money pay up bitch. Oh. Oh, der Arme. Hey Daniel, du lacht auf. Wir machen die Zeichnungen. You're not here to be a photographer. That's my gig. Look at that sketch you did of me. Incredible. And that's your art. Your gift. I do feel better now. You are good, Max. Oh, er ist gegangen, das ist gut. Have you talked to anybody about what happened with Kate? I don't talk to anyone, Max. But I did actually have a nice talk with Luke. She couldn't stop talking about how brave you were on that roof. I don't think doing the right thing is brave, but... Die Drohne. I appreciate what she means. The most important thing is that Kate gets better. And gets justice. I hear that, Max. She's the sweetest, most genuine person I've ever met. I don't mind getting picked on by Blackwell-Bro-Holes. But don't fuck with Kate. I like this revolutionary Daniel Da Costa. Only if I can start the revolution from my sketchbook, Max. Are you going to the end of the world party tonight? It will be a FIGO man. People here push me in the lockers, not dance floors. Ah, das ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das empfehlen sollte, dort hinzugehen. Ich, nein, nein, ich will Ihnen ja nichts Schlechtes. Man weiß ja auch nicht, ob es vielleicht gut für ihn sein kann, weißt du, für sein, äh, dass er ein bisschen selbstbewusster wird oder so. Aber ehrlich gesagt, habe ich Angst, dass sie Ihnen da irgendwie was Blödes antun. Screw them! Gleich. Wir sind hier, wollen wir uns noch umgucken, was ist das denn? I'll show you play hard to get when you're already hard to move. Okay. Gut. Wie haben wir denn hier noch? Oh, Mrs. Grant. Mrs. Grant looks interested in whatever Samuel is saying. Hi, Mrs. Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell surveillance free. Äh. I was looking for Nathan Prescott and I thought he might be in your class. Mr. Prescott has no class at all after his suspension. I didn't think you were friends. Äh. You probably know him better. I've tried. Nathan is a Prescott and with that comes a lot of baggage. Too much for one teenager. This week was the proof. Principal Wells did the right thing. I know. Nathan needs real help. Yes, he does, Max. I did try once. But Mr. Prescott didn't appreciate my help. I did see Nathan leaving the campus looking angrier than usual. So maybe it's good you haven't found him. Gut, wir wissen also, dass er weg ist. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Who needs surveillance when we have Maxine Carfield? You did a wonderful thing. And now we have to make sure Kate gets the help she needs. Do you need to talk to a counselor? Äh. Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe. Not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless, given what happened with Kate. So it's awesome. Do the Prescott's have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father's Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. I think this is beyond science. Nothing is beyond science, except for our lack of knowledge. We may never know why. But that doesn't change reality. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. So, you don't think this could be some kind of prophecy or something? Max, you know how fascinated I am by Arcadia Bay legends. But I haven't found any apocalyptic signs yet. Unless you count those End of the World posters. Unless you know something I don't. Hmm. I wonder if the Tabanga knows more than anybody here. Oh, Max, nobody even knows who brought the Tabanga here. It was likely stolen from the South Pacific by local fishermen. But I know what you're saying. There's a lot of energy here. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Change isn't real my ass. Oh, Samuel. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they... they just cry. They're not alone these days. I feel so powerless. Oh, no. You're the opposite of powerless, Max. You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tobanga. Tobanga? Is that cool with the Tobanga? We'll find out if the souls of the bird move on. Nothing. We can prove it. It's so ominous. Unless it's fate. Then it doesn't matter. Well, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them... Oh... Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me... That I have to feed them now. Ach, now we can probably make a photo. Or? As a scientist, I'm fascinated by myself. Michelle Grant... How would you like a partner for a quick photo-op? Are you scared too? Look at the weather... And the animals. Did you think you could hide from Max Caulfield, Squirrel-Paparazzi? These days. Okay, we're gonna wait, we're gonna wait, until the little girl here comes. Hello, Max. Thanks again for helping me fight the power. What? Ach so. Ach, guck mal, da essen. Ich glaube, dann weiß ich, welches Foto wir da kriegen können. Get that food in your belly. Der kleine Kerl. Müssen wir den noch mehr locken? Nee? Ah, guck mal, jetzt... Jetzt sind sie da. Ah. Ah. Und wir haben ein Bild. Sehr schön. Jedes Bild ist ein Steam-Erfolg. Strange. Okay, die Fußschwung kommen noch. Gut. Dann reden wir mal mit Samuel nochmal weiter. Sorry, dass ich dich wieder beschäftige, Samuel. Es gibt keine Probleme hier, Max. Wir hatten ja noch die Menschen. Mehr Fragen als Antworten. Samuel ist immer hier, um zu sprechen. Nathan. Have you seen Nathan Prescott around? That would be hard since he was suspended. You don't sound sad, Samuel. Nathan hurts people. The end. What do you really know about him? Not enough to help you, Max. I truly wish I could. I see what you're doing. I actually just talked to Kate Marsh in the hospital. She's doing so much better. Because of you, Max. That was quite a rescue. It could have gone either way. Es ist das Spirituelle. So, and David. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me? I listen. That's how David operates. He sees things. Not people. But I think he sees you, Max. Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. No, Max. I just look at everything from a different angle. Okay, Arcadia Bay, wenn ich ihn nicht mehr fragen. I better get going now. I will mal zusehen, dass wir ein bisschen vorankommen noch weiter. Aber es ist echt auf jeden Fall sehr interessant. Bro. So ironic, that Warren asked Max to the driver. Hey, Brooke. How are you? Ich schwimmte von uns. I'm here as usual. By the way, thanks for helping Kate down. Are you okay? I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Come on, Brooke. Don't be that way. Nathan was suspended, but he should still be on campus. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date, Max. I can't get my limited brain around that eclipse and the beached whales. I was hoping the science department had some ideas. Warren and I are supposed to compare notes and theories this weekend. That makes sense. Two big brains are better than one. Or mine. We'd get the Nobel Prize if we could explain this phenomenon. But even Miss Grant has no clue. I have to go. Talk later, Brooke. So. Was hat's denn da mit den Steinmännchen? Guckt man da irgendwie hin? Le Steinmännchen? Oh, wir können ein Foto da machen. One Foto. For posterity. Ich frage mich eigentlich auch, wenn man auch die Fußspuren hier irgendwo findet. Die wir da auf den Endbild gesehen haben. Ah ja. Weil die sehen ja eigentlich aus, als ob die vielleicht hier draußen irgendwo sein könnten. Da ist nur Tobago. Schmischte das gar nicht mehr? Achso, wir können ja rennen. Einmal ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir die Spuren hier. Oder die sind drin dann irgendwo. Ich hätte gedacht, dass die vielleicht hier draußen irgendwo zu finden sind. Man kann es ja wenigstens mal versuchen mit den Bildern. Ja, sieht schlecht aus. Okay. Chloe? Wacht da. Chloe. Ghetto Faust. Kommen wir jetzt zu den Jungs. Bei den Mädchen waren wir ja schon. Die Spitznamen auch immer geil, die hier so gegeben werden. Bad Max. Wer ist das denn? Evan. Natürlich. Das ist, warum ich keine Sch*** gegeben habe. Evan rollt. Äh, Kate. Ähm, wo geht's denn los? Da. Super Max, falls du sie noch brauchst, nächstens Zimmernummer ist 111. Kate, du bist klasse, danke. Ich liebe es, wenn du meine innere Rebellin wächst. Du bist längst eine Rebellin, vertrau mir. Immer und sei bitte vorsichtig, okay? Na klar, ich halte dich auf den Laufenden. Das weiß ich doch. So, gut. Ähm, na dann wollen wir mal weiter. Gut, wir wissen jetzt die Zimmernummer. Ist ja noch was Interessantes. Sie haben noch eine weitere Begriffe. Äh, Katzübergammer ist ja, Time is over. Äh, so ein Zockerclub halt, richtig, ne? Haben wir hier. Wer würde Katpics schmieren? Belohnung. Am 15. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen. Die Schulbücher sind mir egal, aber auf dem Tablet waren viele Fotos meiner verstorbenen Katzen. Also bin ich bereit, eine Belohnung zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Bitte, diese Katzen waren meine besten Freunde. Oh, das ist traurig, schon wieder. Wahrscheinlich hat Logan dieses Poster verloren. Sicherheit geht vor, verhüten und verlangen. Benutzt immer Verhütung und sichere deine Zukunft. Jawohl. Tunbar, wer ist hier? Oh, warum, hallo Trevor. Und Dana. Oh, oh. Skateboarding ist kein Verrücker. Duschen, mal reinkippen, vielleicht finden wir immer... Oh, Toilettenpapier. Toilettenpapier ist in den Dornen möglich. Das ist ein Scheiß. Ja, willkommen zu Blacksmall. Geil. Was? Free Glory Hole? Alles klar. Das erklär ich jetzt nicht. Even after Kate. Nobody here learned anything about bullying. Can I have art? Bitch. Okay. Jerks. At least nobody messed with the Kate portrait. Cry, hipster, cry. Weine, hipster, weine. Oh, übel. Zack oder Logan. Who knows? Rose got a bro. Bigfoots haben große Eier. Jawohl. So. Okay. Okay. Die Presquads regieren die Stadt. Na geil. Das wünscht man sich ja. Bevor wir in sein Zimmer gehen, ähm, wäre man natürlich, selbstverständlich. Sorry, Kate. Ah, okay. Was, was, was? Ah, das kennen wir doch. Das ist der Arbeit von Nathan. Er ist so glücklich, dass ich ein Pacifist. Na, siehst du. So ein Bild, so ein ähnliches haben wir ja auch bekommen, ne? Schwuchtel-Alarm. Krass. Wir können da was verändern. Ob das gut ist? Ja, damit könnten wir vielleicht Broke, aber jetzt ein bisschen verärgern. Okay, das ist jetzt sehr nerdig, Freunde. Also. So, dann werden wir mal in Nathans Zimmer gehen. Abgeschlossen. Okay, wie brachial. Nathans Beautiful Room. Oh, fuck, ey. Hier sieht's ja krank aus. So, wer hat geschrieben? Joyce, Moment. Max, ich weiß es zu schätzen, dass du dich für David eingesetzt hast. Es gefällt Chloe nicht, aber sie muss erwachsen werden. Aber das wird nicht passieren, wenn ihr illegalen Unsinn veranstaltet. Wie nachts in Blackwell einzubrechen. Ich weiß, was passiert ist. Also keine Ausrede. Ich hatte gehofft, du würdest sie auf den richtigen Weg führen. Aber sie scheint wieder abzurutschen. Oh. David will ihr helfen, aber sie lässt ihn nicht. Du könntest so ein guter Einfluss sein. Außer ihr wollt beide rebellieren. Tut mir leid, Joyce. Ich brauche auch Mist. Aber ich versuche, einen guten Einfluss auf Chloe zu sein. Ich weiß, Max. Ich vergesse, dass ihr noch Teenager seid. Oh, da ist die Mutti ein wenig enttäuscht. Von uns. Aber okay. Oh Gott, ich will mir diesen Raum gar nicht angucken, wenn ihr das seht. Ich hoffe, dass sie alle konsentierende Modelle waren. Ähm, das sieht sehr nach Bondage aus. Ich mach mal eine kurze Aufnahmepause. So, wieder zurück. Sorry. Kurz Unterbrechung. Ja, hier haben wir ja ein... Wirklich schönes Bondage-Plakat. Das sieht man nur ein bisschen schwer. Jetzt gucken wir uns hier mal alles um. Also ein bisschen an. Ey Arschloch, wir müssen reden, oder? Ich erzähle allen, was du getan hast und dafür wirst du bezahlen, Wichser. Oh mein Gott. Was? Chloe. Oh, Chloe. Krasser Scheiß. Whale-Songs? Vielleicht ist das die einzige sootigende Dinge, die Nathan immer hört. Was ist denn mit denen los? Das muss sein, das Lamp, die Chloe hat, als Nathan sie verbringte. Okay. Damn, Nathan. Das ist ein tolles shot. Wenn nur all deine Energie in die Fotografie Es ist so damn creepy, aber der hat seine eigene Stylen. Oh, Mann, ey. Was ist denn? Ja, ich würde cool mit diesen High-Tech Projektor. Das sieht wie ein total tolles show. even Nathan hat ein Lichtseid. Wow. Oh, Mann, der Dickhead hat eine meiner Selfie. Was? Okay, das ist krank. Nathan mag seine torturten Bezüge zu viel. Sind das hier noch mehr so? Ich erkenne das gar nicht, was es darstellen soll. so komischen Bilder. Alter, hat er die voll die Sonne. Okay, der ist echt wahrscheinlich so ein bisschen durch, der Junge. Benutzeranleitung, wichtige Vorsichtsmaßnahmen, GB17, 9mm Pistole, Bedienungsanleitung. Okay. Können Sie den Computer ansehen? Moment. Wollen wir das? Nathan ist weit in diese Party. Schade sein. Victoria Chase von Nathan Prescott. Hey, meine Hübsche, sag mir, was du heute Abend zum Vortex anziehst, damit ich genauso stylisch und teuer gekleidet sein kann. Ich bin voll scharf drauf und sammle nachher noch fette Partygeschenke ein. Ich habe meinen Alten gesagt, er soll die Bullen fernhalten, damit wir in Ruhe feiern können. Wenn wir schon den Weltuntergang feiern, dann richtig, oder? Okay. Okay. Bastard. Jetzt erinnere ich mich, warum ich dich liebe. Und warum Kate wird geteilt. Vortex Club, Oktober 2013. Kate lässt's krachen. Oh, Mann. Sean Prescott könnte Nathan's real Problem sein. Mach dir keine Sorgen. Von Sean Prescott an Nathan Prescott. Nate, ich weiß, diese Woche war anstrengend für dich. Und deine Mutter und ich sind für dich da, wenn du reden willst. Lass dir einfach einen Termin geben. Geil. Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt. Aber für den Moment bleiben wir bei den Medikamenten. Während der Entwicklung von Penn Estates brauche ich einen besonderen und ruhigen Sohn. Ich weiß, ein Prescott zu sein ist eine Last und ich werde dich Schritt für Schritt darauf vorbereiten, wie mein Vater vor mir. Es war schwer, als mein Vater mir die Augen für mein Schicksal öffnete, aber eines Tages wirst du mir danken. Mach dir keine Gedanken um Blackwell. Es wird Zeit, dass wir diesen verschissene Stadt den Einlauf verpassen. Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt. Vermasse es nicht, Sohn. Dein Vater. Ah, so viel Liebe in dieser Familie ohne Scheiße. Sorg dich nicht. Christine Prescott und Nathan Prescott. Tudo Bem aus Brasilien. Kleiner Bruder. Es ist lange her, dass ich was von dir gehört habe, also sag mir bitte, was in deinem aufregenden Schulleben in Blackwell vorgeht. Ich gebe bei all meinen Kollegen in Friedenskorps an, dass mein talentierter Bruder Nate ein Vollstipendium für eine der besten Kunstschuhe in der Welt hat. Ich kann zwar nicht immer auf mein Handy oder meine E-Mails zugreifen, aber bitte, 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 schick mir neue Campusfotos, damit ich indirekt durch dein Objektiv blicken kann. Ich vermisse dich und deine Bilder. Und ja, Mutter hat mir gesagt, du steckst in Schwierigkeiten und Vater drangsaliert dich, aber du musst ihn entweder ignorieren oder dich gegen ihn auflehnen. Du weißt, ich liebe Papa Nate, aber ich bin wegen ihm in einem Dschungel auf der anderen Seite der Welt. Er hat Macht geerbt, nicht Weisheit, und die einzige Arzt, gegen ihn zu gewinnen, ist dagegen zu halten. Lass dich von ihnen nicht für das Vermächtnis der Familie verändern. Änder der Predigt. Du bist in der Schule. Ich wollte nur, dass du dich dort zu Hause fühlst. Ich muss wieder zu den Mangroven. Ich schicke dir gute Gedanken. Schreib mir oder ich muss dir einen Jaguar ins Wohnheim schicken. Chris. Ja, Nathan Schorr braucht Diapillen. Das ist starker Dinge. Wow. Kissassmuch, Principal Wells. Zu den jüngsten Ereignissen von Direktor Walzer, Nathan Prescott. Nathan, ich möchte mich für den von Kurzen geäußerten Anschuldigungen entschuldigen. Ihr Name und ihre Zeugnisse sprechen für sich selbst. Manchmal wollen andere Schüler dies ausnutzen, um sich selbst einen Namen Blackwell zu machen. Ich weiß, ihr Vater war aufgebracht, aber ich versichere ihnen, dass sie niemals eine Waffe mit in der Schule bringen würden. Ich möchte sie nicht vom Unterricht ablenken und bin sicher, diese Angelegenheit wird bis Ende der Woche aus der Welt geschafft. Wenn sie Fragen haben, stehe ich immer zur Verfügung. Alter. Das ist ja mehr als ein Arschkriecher. Wer ist das auf dem Bild? Ich würde auch schreien, wenn ich ihn für einen Vater hatte und diese Kugel hätte. Sieht sehr glücklich aus. Alles. Ich glaube, das sind alles hier Bondage-Bilder, auch die dabei. Erinnere mich, du bist jetzt auf dem Krieg, Max. Ja. Ich glaube nicht, dass diese Preskription helfen wird, Nathan. Schön neben den Mui. Kratzspuren. Der hat das verschoben. Der hat das verschoben. Ja, wir gucken gleich das Sofa, weil erst mal möchte ich, können wir den Projektor da irgendwie noch? Der hat, da lief da vorhin irgendwas. Guck mal, wir machen gleich das Sofa. Das ist so typisch und irrotisch. Ich kann mir nigga. Ich kann es gar Hey, dass Nathan es immer gibt. Und er Councillor Murray wird. Dippo.